Morgen. Ich verdiene mehr als du. Was? Ich hab deine Abrechnung gesehen und ich verdiene hier mehr als du. Sogar eine Menge mehr. Sie konnten meine Abrechnung nicht sehen. Genau, weil ich auf gar keinen Fall an die Personalakten rankomme. Das ist völlig unmöglich. Ach übrigens, 987654320. Das ist meine Versicherungsnummer. Nein, das ist deine PIN-Nummer. Nein, meine PIN-Nummer ist 3674. Bingo.